Herzlich willkommen bei DWS Online. Mein Name ist Bernhard Stalz, ich bin Steuerberater und ich empfehle Ihnen das Seminar Aktuelles Reisekostenrecht Teil 2 Verpflegung auf Dienstreisen. Hier geht es zum einen darum, wann Verpflegungsmehraufwendungen gewährt werden können und in einem zweiten Teil, wann diese Verpflegungsmehraufwendungen gekürzt werden müssen, wenn der Arbeitnehmer auf Dienstreisen vom Arbeitgeber oder von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt bekommt. Abschließend gehe ich dann noch darauf ein, wann Verpflegungsmehraufwand gekürzt werden muss, wenn der Arbeitnehmer an einer Bewertung teilnimmt und wann es hier zu Ausnahmen von der Kürzung kommt und in einem dritten Fall, wann der Sachbezugswert zum Ansatz kommen könnte. Ich werde mich freuen, Sie bei diesem Seminar begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020